Karl-Eduard Nobiling verübte 1878 ein Attentat auf Kaiser Wilhelm I. Leben. Nobiling wurde geboren als Sohn eines Domänenpächters, studierte in Halle Staatswissenschaften und Landwirtschaft und legte 1876 in Leipzig das philosophische Doktorexamen mit einer Arbeit über die Landwirtschaft des Saalkreises ab. Während des Studiums und seiner Tätigkeit im Statistischen Büro in Dresden trat Nobiling in Beziehungen zu sozialistischen Agitatoren. Er versuchte am 2. Juni 1878 kaum einen Monat nach dem Mordversuch durch Max Hüdel Wilhelm I. zu erschießen. Aus dem Haus unter den Linden 18 gab er auf den im offenen Wagen vorbeifahrenden Kaiser zwei Schüsse aus einer mit grobem Schrot geladenen, doppelläufigen Flinte ab und verletzte Wilhelm dem dabei mit über 30 Schrotkörnern schwer, aber nicht tödlich. Als Nobiling sich entdeckt sah, schoss er sich bei einem Selbstmordversuch mit einem Revolver in die Schläfe und wurde anschließend von Passanten überwältigt. Aufgrund seiner schweren Verwundung waren Nobilings Aussagen im Polizeirevier am Molkenmarkt nur bruchstückhaft und ließen keinen Rückschluss auf. Eine anarchistisch oder sozialistisch motivierte Tat zu. Auch wenn Nobiling vor der tatlosen Kontakt zu sozialistischen Agitatoren gehabt hatte. Der Schweizer Anarchist Paul Brusse etwa bezeichnete dementsprechend Nobilings Anschlag in der Zeitschrift Lavandgarde als republikanisch, nicht aber als anarchistisch motiviert. Nobilings Gesundheitszustand verbesserte sich in den folgenden Wochen. Er wurde mehrfach vom Untersuchungsrichter Joel vernommen und nahm auch den Besuch seiner Mutter und einer seiner Schwestern entgegen. Die Befragungen lieferten keine Hinweise auf Hintermänner, sie machten vielmehr deutlich, dass Nobilings tat durch seine prekäre finanzielle Lage, Zukunftsängste, Geltungssucht und verworrene sozialistische Ansichten motiviert war. In der Nacht vom 2. auf den 3. September unternahm er einen weiteren Selbstmordversuch, bevor er eine Woche später an einer Hirnhautentzündung starb, die von der seit dem ersten Selbstmordversuch im Gehirn steckenden Kugel herrührte. Obwohl ein Zusammenhang zwischen den Attentaten und der Sozialdemokratie nicht nachgewiesen werden konnte, wurden Nobilings und Hüdels Handlungen von Reichskanzler Otto von Bismarck zur Durchsetzung des Sozialistengesetzes instrumentalisiert. Die übrigen Familienmitglieder nahmen wegen des Attentats den Nachnamen Edeling an. Literarische Reaktion Theodor Fontane reimte auf das misslungene Attentat Werke. Beiträge zur Geschichte der Landwirtshaft des Saalkreises der Provinz Sachsen, Berlin 1876